Hallo, Dorn und Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge hier im Supermarkt Simulator mit meiner Wenigkeit. Ich grüße euch Jungs, Mädels, Univers, je nachdem wie ihr euch fühlt. Ich habe super Laune, obwohl eigentlich gerade so Real-Life-Geschichten passieren, wo man sagen kann, ach komm, kann man sich eigentlich noch vergraben. Aber ich habe was entdeckt, was ihr bestimmt schon lange wusstet und auch schon lange benutzt. Aber ich bin aus Zufall drauf gestoßen. Es gibt ja Mods für das Spiel. Ich meine, ja, ich habe es in der letzten Folge jetzt, nee, in der vorletzten, je nachdem wann das Video kommt. In der Folge hat es einer kommentiert, wann spielst du mal mit Mods, ne? Aber ich habe es davor entdeckt. Es gibt Mods für dieses wundervolle Spiel hier, ohne irgendwelche Probleme. Und die habe ich mir jetzt mal zu Genüge geführt, habe sie mal installiert, habe mal ein bisschen so geguckt, wie, wo, was, hi, hi, ha, ha, hu, hu. Und es ist ja großartig. Also die Mods sind ja wirklich großartig, die es bis dato gibt. Also das ist ja mal ein komplett anderes Level. Und vorab, ja, es wird ein Tutorial geben, wie man Mods installiert. Das ist relativ simpel, da muss man dazu sagen. Aber für alle, die das Spiel ausspielen und in der englischen Sprache nicht mächtig sind, gibt es dann von mir das Ganze in halbdeutsch, ne? Das wegen, aber erstmal generell. Ich habe ein bisschen gegrindet oder mit ein bisschen meine ich ein bisschen mehr. Ihr seht, wir sind jetzt Level 33. Natürlich nicht durch, ist klar, sondern anfangen. Wir haben 4700 Kohle, es ist 8 Uhr morgens mit dazu. Ich habe nämlich offscreen vieles ausprobiert. Gerade die Lagergeschichte hier. Und mit dem Lager gab es auch einige Kritik, beziehungsweise, sagen wir mal, Anmerkung, Kritik war es ja nicht wirklich, dass ich das vielleicht immer ein bisschen besser organisieren sollte, bla bla bla. Folgendes, ich habe ein Experiment gemacht. Ich wollte im Lager von jeder Ware alles aufgefüllt haben. Und dann immer mit einem festen Labelplatz, ne? Um dann halt damit zu arbeiten zu können. Das Experiment ist gescheitert, weil mir das Geld ausgegangen ist. Ich habe ungelogen 10.000 Euro, also mit, ich habe da noch einen Kredit aufgenommen, ich habe 10.000 Euro investiert und habe nicht mal im Ansatz alle Waren irgendwie hier reinbekommen. Das muss eine unglaubliche Summe sein, die man investieren müsste, um das komplette Lager ja voll zu ballern. Mit allen Waren, die wir bis jetzt haben. Und wir haben ja noch nicht mal alle, ne? Davon mal ganz abgesehen. Und, äh, ja. Deswegen, Mission failed. Das war irgendwie nicht so schlau. Und dann haben einige gesagt, ja, Randy, mach mal hier, bring da mal ein bisschen mehr Ordnung rein. Orientier dich auch mal am Lager. Dies, das Ananas, bla bla bla, nicht an den Regalen. Und dann hast du alles nicht gesehen. Und, ähm, es war, also, es war irgendwie alles doof. Ihr seht auch teilweise hier, ne? Das Lager ist immer noch gut gefüllt, ähm, mit Waren. Äh, so ist es ja jetzt nicht. Äh, aber hier draußen sieht es teilweise, also teilweise sieht es richtig top aus, ne? Aber teilweise sieht es auch richtig, richtig schlimm hier aus. Äh, und da habe ich jetzt die Restocker schon dementsprechend wirklich komplett arbeiten lassen. Deswegen bewegt der Kleine sich auch gerade nicht, äh, weil er alles fertig hat. Aber, Jungs, Mädels, die wärs, ne? Es ist vorbei. Wir brauchen das nicht mehr. Also, wir brauchen schon noch ein Lager an sich, ne? So zum Einlagern. Aber wir haben jetzt Comfortfeatures. Wir haben jetzt Mods. Und diese Mods sind großartig. Ich darf erst mal generell den ersten Mod vorstellen. Den werdet ihr im Laufe des Spiels aber erst feststellen. Auto, Light on. Um 17 Uhr geht das Licht automatisch an. Ich muss nicht mehr zu diesem blöden Lichtschalter gehen. Ist das großartig oder ist das großartig? Jungs, das ist großartig. Da kann ich nämlich jetzt hier auch davor, äh, diesen, diesen bekackten Kühlschrank hier stellen. Äh, und kann dementsprechend, äh, die, die Lagertür, äh, muss das nicht mehr hier auf dem, äh, auf dem halben Millimeter, äh, vor der, vor der Türe stellen. Sondern wir haben jetzt hier dem entsprechenden Platz, weil ich den Lichtschalter nicht mehr brauche. Ist das großartig? Ist großartig. Pass auf, jetzt kommt das nächste Ding. Haltet euch fest. Es gibt kein Limit mehr. Äh, beziehungsweise hier seht ihr schon noch das nächste. Aber hier. Es gibt kein Limit mehr. Ich kann jetzt mehr als 10 Sachen mit einmal bestellen. Ist das nicht großartig? Es ist, äh, Jungs, es ist großartig. Dann haben wir hier das nächste. Das ist so ein sogenanntes Lagerverwaltungssystem, ne? Ihr seht jetzt, äh, hier, äh, was, äh, was Phase ist, ne? Ähm, in, 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 in sämtlichen Farben, in Orange und so weiter und so weiter. Und, äh, die Zeichen hier davor, die sagen uns an, beziehungsweise sagen mir, äh, was denn gerade Phase ist. Ihr seht zum Beispiel, Mehl, ne? Ist 4 auf Orange, 0, äh, und Rot ist 0. Wenn wir uns das Ganze da jetzt mal kurzerhand hier anschauen, sehen wir, aha, ich hab hier 4 Pakete. Im Mehl, im Lager, also im Laden stehen. Ähm, ist also das hier vorne. Und ich hab 0 im Lager, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel einmal hier, ne, natürlich jetzt nicht 16 mal, ich bestelle jetzt hier zweimal das Mehl. Zack. Äh, geh hier einmal mit ran. Und stepp das Ganze jetzt hier, da wird unser Stocker auch gleich wieder arbeiten, äh, wenn er denn nicht, äh, wenn er denn nicht festgepackt ist. So. Jetzt hab ich das Ganze hier erarbeitet. Jetzt haben wir hier das Ganze im Lager. Und ihr seht, jetzt hab ich hier Rot 16, beziehungsweise nach 8 im Lager. Somit seh ich schon immer am PC, was ich im Lager habe und was ich draußen hier in der, äh, im Supermarkt habe. Ist das nicht großartig? Es ist großartig. Es wird aber noch besser mit den Mods. Auto Price Updater. Also automatische Preisanpassung. Ihr wisst ja hier, Preise, dies, das, Ananas, ne? Ist ja immer so eine Sache. Ich hab's dann immer mal, äh, bitte hier auf, machst du mal 50 Cent mehr und hast du alles nicht gesehen. Der Mod, der passt das automatisch an, ne? Mit einem Tastenklick und macht das sogar noch so, dass es sinnvoll ist. Also sprich, dass ich in der Regel keine Kunden beschwere und dass immer noch genug Profit ist. Man muss einfach nur zwei Tasten drücken, Achtung. Und schon ist das für alles angepasst. Für alles. Und ich rede hier wirklich, guckt euch an, erstmal, die Preise sind glatt, ne? Nuller-Geschichten hier, keine Fünfer mehr, sonst was, ne? 40, 10, 9, glatte Nummer. Und das passt sogar gut an. 90 Cent Gewinn, sogar teilweise mehr, äh, wie mit dem 50 Cent und so weiter und so weiter. Ist das nicht großartig? Einmal drücken, fertig aus. Mickey Mouse, nie wieder hier einzeln irgendwo durchlatschen. Es ist großartig. Aber jetzt kommen wir zum großartigsten Mod, den es überhaupt für dieses Spiel gibt. Und das ist der Handscanner. Ja, ich habe einen Handscanner. Natürlich nur virtuell im Gedanken, ist ja klar. Äh, lässt sich so nicht darstellen. Aber, wenn ich jetzt hier durch die Regale gehe und mir fällt zum Beispiel auf, ach, der Reis, der ist schon wieder leer. Dann gehe ich jetzt hier dran und drücke eine Taste. Da habe ich das Ding eingescannt. Und wenn wir jetzt einmal hier am Rechner sind, sehen wir, ich habe es im Warenkorb. Ist das nicht großartig? Jungs, es ist großartig. Wisst ihr, wie viel Zeit das spart? Also wirklich absolut krank. Respekt an die ganzen Motter. Also, for real, das ist einfach nur großartig. Also wirklich einfach nur großartig. Also wirklich, also Wahnsinn. Es ist, es ist einfach Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn. Ich kann jetzt hier hingehen, nicht mehr aufschreiben, nicht mehr denken, ne, oder nachdenken. Wie war das jetzt hier gleich nochmal? Ne, einfach rangehen. Einfach so aufdrücken, wie ich es am Ende des Tages brauche. Warum haben wir den Hummus hier drin zweimal? Ich verstehe es nicht. Das bleiben wir mal bitte aus hier. Äh, es, es ist einfach nur, es ist einfach nur großartig. Es, also wirklich, for real, es ist schön. Es ist wirklich schön. Ich will, also das will ich definitiv nicht mehr missen. Also so gar nicht mehr, ne. Ich kann jetzt hier einfach rumgehen und machen. Es fühlt sich komplett surreal an. Aber es ist, es war, guckt euch das an. Und ich bin ja, wie gesagt, nicht mehr auf diese Zehner, auf diese ganzen verblödeten Zehner-Schritte hier. Dings, ne, wir haben jetzt hier 16 was? 16 was? Ich kann es kaufen. Na klar, hier, bumm, knallt alles runter. Bla, gibt es auch noch einen Mod. Äh, der ist aber mit denen, den ich jetzt habe, eher inkompatibel. Ne, aber ich kann das jetzt, äh, einfach so viel bestellen. Wie ich brauche. Und fertig aus, Mickey Mouse. Ne, es ist wirklich großartig. Falls ich das noch nicht gesagt habe, es ist wirklich großartig. Und zur Feier des Tages, äh, sortiere ich das sogar, äh, jetzt hier mal manuell ein. Weil, wie gesagt, haben eh nichts weiter zu tun. Äh, denn ihr habt vielleicht schon gesehen, äh, so viel, äh, an Erneuerungen, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, gibt es jetzt hier auch noch gar nicht. Äh, weil, äh, das nächste Level Up ist erst, äh, mit 42. Also, die nächste große Lizenz, in dem Fall, mit Level 42, ne. Und, äh, das ist dann halt, äh, ja, noch knapp neun Level aufsteht, ne. Da siehst du, ich muss eh noch im Hintergrund sehr viel grinden. Aber es macht jetzt auf jeden Fall deutlich mehr Spaß, äh, beziehungsweise es geht halt einfach deutlich schneller als, äh, vorher. Ja, und dit, meine Damen und Herren, dit ist der Hauptsache, ne. Das ist eigentlich das, was ich die ganze Zeit wollte. Und, äh, das läuft soweit. Und ist natürlich auch für euer Spiel, äh, natürlich besser. Vielleicht, wie gesagt, spielt ihr schon seit Ewigkeiten mit Mods und denkt, habt ihr euch immer noch gedacht, mein Gott, wenn macht ihr es denn endlich mal. Aber, äh, ja, es ist, äh, ich sag mir immer auch, äh, ne, ein blindes Huhn findet man ein Korn, ne. Äh, und bei mir war das jetzt im Endeffekt der Fall. Und ich will es nicht missen. Also wirklich großartig. Das ist das erste Mal, dass ich das, ich hab's jetzt vorher noch alles getestet, dass ich mich jetzt hier nicht blamiere, ist ja klar. Ähm, hab jetzt aber noch nicht wirklich viel gespielt, aber ich seh schon mal, es, es funktioniert 1A. Es, es, es ist wirklich großartig. Falls ich das auch nicht erwähnt hab, dass es großartig ist, ne. Ich wiederhole mich jetzt vielleicht. Aber es ist großartig. Es ist großartig. Und das mit dem Lager hier, ja, ach, ich knall das hier rein, ich knall das da rein. Das ist einfach nur ein Zwischenlager. Ähm, und, äh, der Rest, der wird dann irgendwie schon, das, irgendwie wird's schon. Irgendwie wird's schon. Na, das ist sonst alles so eine Sache, ne. Es gibt auch noch einen Mod, dass diese Labels zum Beispiel nicht überschrieben werden. Also sprich, dass man wirklich einen festen, äh, einen festen Ort für sein Zeug mithaben kann, wenn man das will. Äh, also auch im Lager. Das ist bestimmt auch noch eine relativ angenehme Geschichte. Aber ich glaube, es fehlt einfach aktuell an, an Kohle, um das Ganze halt sinnvoll irgendwie zu machen. Und ich kenn mich ja selber, ich kenn meine Ordnung. Äh, pff, das wird nicht lange halten. Sag ich mir da immer wieder. Also, es wird halt wirklich nicht lange halten. Äh, von daher ist das auch eigentlich, äh, relativ. So, gut, äh, dann haben wir das Ganze aufgefüllt. Genau, hier ist leer. Das, das haut soweit alles hin. Dann gehen wir mal hier weiter. Hier haben aber unsere Boys auch schon, äh, gute Vorarbeit geleistet. Äh, dann machen wir, hier brauch ich noch eins auf jeden Fall. Hier können wir noch zwei machen. Das sieht soweit auch gut aus. Äh, Kartoffelsäcke, das nehmen wir auch mal sicherheitshalber noch mit. So, dann haben wir hier eben, äh, huch, stehe ich hier auf dem Regal. Äh, den Mayo, das kann man definitiv noch eh mal machen. Die scharfe Sauce auf jeden Fall noch. Äh, Klopapier, ja. Äh, Mehl, genau. Auch noch zweimal. Dass wir das alles hier haben. Oh, hier ist ja wirklich alles, alle. Also, alles, alles, alle. Ja. Ich glaube, das kann man auch zweimal nehmen. Das machen wir mal hier. So, dann brauch ich noch hier. Und hier. Gut, und dann haben wir das alles. Es ist großartig, oder? Und ich kann jetzt einfach hier rangehen. Klar, man muss ja so Kohle bezahlen. Ist klar, das sind ja 24 Stück, ne? Aber, zack. Gut, bricht halt alles so ein bisschen hier hin und her. Das ist halt Physik und so. Wie gesagt, gibt es noch einen Separe-Mod. Ähm, der sortiert das Ganze dann nach Größe erstmal ein. Das ist sehr nett. Und versucht das auch ein bisschen physikalisch, ähm, angenehm zu machen. Ähm, das ist ganz nett. Aber ganz ehrlich, mich juckt es ja nur relativ wenig, ob das Täusch jetzt hier irgendwo runter bricht oder halt dementsprechend auch nicht. Äh, Hauptsache, sage ich mir immer wieder, es funktioniert. Ja, der Rest ist mir ja persönlich mal komplett Wumpe. Äh, nee, da hier war der Reis, hier war das. So, ich habe jetzt auch noch so regaltechnisch gesehen, nicht wirklich großartig was umgestellt oder nochmal neu sortiert, ne? Das ist klar. Ne, bitte hier hin. Äh, sollte klar sein. Aber ansonsten eigentlich alles easy. So, dann füllen wir hier den ganzen Spaß noch ein bisschen auf. Musst ihr ja sowieso. Ne, natürlich, einer bleibt. Wissen wir was, der fliegt weg. So. Einer bleibt. Dann haben wir hier noch den Reis. Der dann wieder hier mit hingeht. Dauert natürlich auch alles generell dann jetzt ein bisschen einzuräumen, das ist ja klar. Ähm, habe ich ja auch so gelesen. Klar, das Spiel wird dann ab einer gewissen Levelanzahl, nenne ich es jetzt einfach mal, auch ein bisschen zäh. Äh, klar, weil halt vieles im Einräumen, Dings machen, äh, äh, also, ne, Waren einräumen, neu machen, hier, dies, das, Ananas. Klar, ähm, muss aber ja nicht unbedingt sein. Das ist jetzt hier bei mir einfach nur so der Fall, äh, weil ich mich ja entschieden habe. Äh, ich will nicht auf Kleinsortiment gehen, nenne ich es jetzt einfach mal, sondern ich will ja wirklich, äh, viel haben. Ähm, also ich will ja wirklich immer mit den neuen Lizenzen und bla und bla. Es ist vielleicht sicher empfehlenswerter, ähm, den Supermarkt erstmal mit, mit nicht allzu vielen Lizenzen groß aufzubauen. Ne, also, so macht es zum Beispiel Erich, ne, das ist ein Zuschauer. Ähm, der hat schon einen großen Supermarkt, aber er hat nicht mal im Ansatzweise diese ganzen Lizenzen, wie ich sie jetzt zum Beispiel habe. Ebenfalls war das der Stand vor ein paar, keine Ahnung, Tagen, Wochen, wo man gequatscht hat. Ähm, und, äh, das macht es natürlich einfacher. Äh, logischerweise so ist es jetzt natürlich hier massive Waren. Dann ist es natürlich mit den Lager, also wenn man es alles einlagern will, äh, auch ein übelster Kosten, Druck, der da entsteht, beziehungsweise totes Kapital oder passives Kapital, was da rumliegt, etc., etc., ne. Das ist natürlich alles so eine Sache, ähm, aber mit mehr Produkten kann man logischerweise auch mehr Umsatz machen. Ne, weil die Leute kaufen dann ja in der Regel auch mehr Zeug ein. Ne, also so die Theorie, äh, ob das in der Praxis so funktioniert, sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, aber, ähm, hier im Spiel ist es dann ja so, ne, also die Leute kaufen ja dann dementsprechend auch mehr. Ne, und das, äh, gibt dann wiederum einen größeren, äh, durchschnittlichen Einkaufs-Warenkorb, ne, oder Umsatz pro Warenkorb, wie man es jetzt auch immer fachlich richtig sagt. Hoppala. Äh, und das macht es, äh, dann natürlich einfacher, äh, auch zu steigen, was, was das Geld angeht. Und so schnell kann man investieren, bla, 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 bla. Ne, also so dieses übliche, äh, Fach, äh, wird gesimmelt, ja. Ne, ist klar, ist klar. So, ich, äh, scanne dann jetzt hier nochmal, weil da brauchen wir noch was. Klopapier nehmen wir auf jeden Fall auch nochmal mit, äh, dass das nochmal mit reingeht. Und dann haben wir jetzt ja theoretisch gesehen alles, äh, ähm, Digger, dein Ernst? Ja, da gibt es auch einen Mod, dass man die Typen pausieren kann. Ähm, hätte mir jetzt durchaus geholfen, weil jetzt hab ich jetzt noch, äh, es ist jetzt nicht so schön, das ist wieder großartig. Es ist wieder großartig, äh, ja, hier ist das Paket, ja, geil, ähm, hm, schön. Und das passt natürlich hier wiederum nicht mehr rein, ne, so, äh, äh, ist so eine grüßene Klatsche, ja, du, voll Idiot. Äh, okay. Ja, äh, bruh. Warte mal, geh ich da mal hier kurz aufkaufen. Ja, dann machen wir mal das Wodka-Zeug hier. Füllen das mal hier noch mit auf. Dann kann das wieder ins Lager mit rein. Stell das so einfach mal hier hin. Wie gesagt, die Labels überschreibt es eh die ganze Zeit. Äh, ja, 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 warte mal, dann setze ich das mal kurzerhand hier hin. Setz das mal hier raus, setz das hier hin, lösche das wieder ab. Danke. Äh, dann gehe ich kurz mit denen hier rein. Dann setze ich das wieder hier raus. Sehr schön, setz das wieder hier rein. Äh, zack. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wir haben ja trotzdem drei solche Kisten hier. Und das passt natürlich alles nicht hier rein. Ah, das ist großartig. Ähm, gut, dann müssen wir kurz warten, bis das Bier dann im Endeffekt weg ist. Und dann, äh, kann ich das hier dann, äh, wieder rausziehen, würde ich behaupten. So, haben wir geschafft. Jetzt würde ich sagen, Laden open und let's go. Ich habe zwei Kassierer aktuell hier drin. Äh, weil ich dann während dieses ganze, meines ganzen Experimentes, sagen wir es mal eher so, äh, ich dann hier auch nichts mehr großartig, äh, zu tun hatte. Ich kann aber den zweiten Kassierer, wir können mittlerweile einen dritten einstellen. Das ist okay, ne, also das geht jetzt mittlerweile. Ich habe die Kassiervorgänge in dem Falle abgeschlossen. Äh, aber, äh, wir brauchen für den vierten Kassierer hier 1.750 Kassierungen. Gut, da brauchen wir Level 50, das ist dann auch Endgame in dem Falle. Ne, aber, äh, äh, deswegen, deswegen, äh, so sieht es aus, so sieht es aus. Und wie gesagt, ich finde diese Übersicht hier wirklich sehr gelungen. Ne, das zeigt ja wirklich an, was, was vorne ist, was, äh, im Lager ist. Und ihr seht halt, ich habe vieles von den 90 nicht im Lager. Also gar nichts, gar nichts. Weil einfach das Geld dann ausgegangen ist. Also, for real, das Geld ist einmal kompletter Rino ausgegangen, ne. Außer kann man hier wenigstens in der Übersicht sehen, ihr seht hier, ne, die vierere Eier habe ich 48 Stück drin, Puderzucker habe ich noch 33 drin, Honig, das ist, das ist alles in Masse, äh, mehr oder weniger drinnen. Shampoo hier und diese, ähm, Farben symbolisieren auch mehr oder weniger den Lagerstand. Also sprich, weiß ist normal oder ist okay, logischerweise, äh, orange ist Achtung, rot ist schwierig, so frei nach dem Motto, ne. Ähm, also da ist eben, äh, dementsprechend auch alles, äh, mit vorgesorgt, ne. Und damit läuft das jetzt ja erstmal. Wir haben auch, äh, währenddessen jetzt beim Grinden die Möglichkeit, hier einen dritten Refiller einzustellen, ne. Ähm, das ging dann über die Regale, die im Lager stehen, 13 Stück wurden gebraucht, statt dann bereits aufgestellt. Also können wir auch drei Refiller in dem Fall, äh, mit einstellen. Das macht dann aber auch erst dann, äh, wiederum proaktiv Sinn, äh, wenn dann, äh, hier, auch ein bisschen mehr Halligalli generell ist. Also der eine Jetze, der jetzt hier arbeitet, der kommt so oder so nicht hinterher, davon mal abgesehen, ne, weil der versucht ja wirklich, ähm, immer wieder, äh, selbst wenn noch eh was fehlt, ähm, das Ganze aufzufüllen. Das heißt, der geht immer wieder ins Lager, kommt dann, nimmt, also der nimmt nicht immer die gleiche Ware, aber er versucht halt immer, äh, das Ganze am Maximum zu halten. Das ist ja so die Aufgabe der Refiller, logischerweise auch, ne. Äh, also von daher, joa, das ist es, äh, wie es halt ist, äh, aber der eine reicht jetzt per se erst mal, ähm, bei diesen, ähm, seltenen Geschichten, äh, was ist selten, hier bei diesen Kartoffeln zum Beispiel, äh, da ist ja immer das Problem, dass halt nicht genug Lagerfläche per se mit dabei ist. Könnte man natürlich auch, äh, separat nochmal umgehen, indem ich jetzt hier sage, ich mache jetzt hier zum Beispiel den, äh, die Fläche hier noch links, beziehungsweise rechts davon, links, rechts hier. So, und somit haben wir schon mal achtmal Kartoffelsack drinne, äh, statt nur viermal. Weil das Maximum, was ja Kunden immer nehmen, so habe ich es ebenfalls ja jetzt von der Erfahrung her gesehen, es ist immer dreimal. Also wenn Kunden viel kaufen von einem Produkt, sind es maximal drei. Mehr wie drei. Nehmen sie sich aus irgendeinem Grund nicht. Ne, ihr habt es ja hier gerade gesehen, ne. Also von daher, ja, so kann ich das halt dementsprechend wieder abscannen hier. Habe es jetzt schon mal wieder in der Einkaufsliste, weil ich sehe, ja, wird eine knappe Nummer. Genauso hier, was der, was der gute Kaffee damit angeht, ne. Und ich kann jetzt auch sagen, hier nehmen wir jetzt zum Beispiel das Ganze auch zweimal statt ehemal, ne. Hier kann ich dann auch nochmal sagen, jo, äh, wäre nochmal nicht schlecht auf Dings. Aber es sind viele Game Changer jetzt hier mit den Mods, ne. Aber der krasseste Game Changer per se schlechthin weg ist der Scanner. Ja, weil einfach hingehen, scannen, was fehlt und Gas geben, das ist halt, es ist halt einfach, ne, anderes Level. Es ist halt wirklich komfortabel AF, ne. Es ist halt, es ist halt wirklich so. Es ist großartig. Es spart so viel Zeit, äh, wie, wie eh und je, ne. So kann ich das Ganze jetzt hier einfach nebenbei auffüllen. Wie gesagt, kann ich ja jetzt eh gerade nichts weiter machen, weil unsere Kassierer ja nur eh alles machen. Äh, somit sparen wir uns die Refiller. Gut, zugegebenermaßen, die kosten jetzt nicht allzu viel Kohle und so, ne. Das ist jetzt alles nicht so melodramatisch. Genau, schön, dass wir es kaufen, kann ich es hier gleich wieder weghauen. Ne, alles easy, alles peasy und so. Aber, äh, trotz all dem. Ist, ist cool. Ne, und so kann ich ja das Lager auch halt einfach nebenbei nutzen. Das ist schön, schick, 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 schön. Das sah, achso, das, der hat, der hat doch gerade nochmal aufgefiltert leider. Egal. Ja, ist netz, dass es jetzt, wie gesagt, hinten einfach nahe, färtsch aus, mir geht immer was. So. Wir wollen uns ja eine Ewigkeit hier mit irgendwelchen Sortiereien beschäftigen oder sonst was, ne. Sondern einfach so im Lager sein, wenn es was ist. Zack, habt ihr gehört? 17 Uhr, 5 Uhr PM, Licht ging automatisch an. Ich hab nix gemacht. Ich hab nix gemacht. Ne, großartig. Wirklich großartig. Großartig, großartig, großartig. So, noch ein bisschen Toilettenpapier. Haben wir hier drüben noch. Sehr gut, danke. Dann kann nämlich das Ding auch wieder weg. No. Normalerweise standardgemäß ist es auf 18 Uhr eingestellt. 18 Uhr 15, also Viertel 7 in dem Sinne. Aber es haben ja immer 5 erreicht auch schon. Ich wusste gar nicht, wenn man das Licht auslässt, dass da auch Kunden gar nicht reingehen. Beziehungsweise frühzeitig den Markt verlassen, falls es zu dunkel ist. Hatte ich jetzt noch nie gehabt, weil ich immer das Licht angemacht habe. Nur davon abgesehen. Aber wusste ich gar nicht, dass das auch irgendwelche Einflüsse in dem Falle hat. Ist aber auf jeden Fall ganz cool. Ihr seht, achso, ich habe die Kassen auch ein bisschen rumgenommen, wie ihr hier seht. So schön an der Seite. Die glitschen dann natürlich auch schön ineinander. Ist klar, weil der Abstand nicht dafür da ist. Ich habe schon jetzt viele Settings gesehen, dass die Kassen hier vorne sind. Und dass alles so mehr nach hinten halt geschoben ist. Ja, wie gesagt, wir werden den Supermarkt per se später eh. Also wir müssen den dann eh nochmal vom Layout umbauen. Das geht sowieso nicht anders. Weil, wie gesagt, wir haben, jedenfalls stand jetzt in der Breite mehr wie in der Länge. Also mehr Platz wie in der Länge. Obwohl jetzt hier hinten das jetzt gerade noch ein bisschen, naja, hier halt hinten. Also das ist ja die nächste Fläche, die wir dann eh freischalten. Von daher wird das dann eh so sein. Ich will da eine eigene Tiefkühlabteilung, eine eigene Kühlschrankabteilung und so weiter und so weiter. Also von daher passt das schon. Was soll denn hier rum? Das geht vom Preis her. Ja, also es gibt immer noch Kunden, die trotz den angepassten Preisen rumholen. Aber okay, dann ist es. Die Kassen sind voll. Ja, ne, das ist es richtig, ne. Man merkt halt, wenn man mit KI arbeitet, ist es halt immer noch langsamer, als wie, wenn der Chef persönlich an der Kasse sitzt, ne. Das ist nun mal so. Kannst du machen nichts. Gut, wir können den dritten Kassierer einstellen. Könnt eine dritte Kasse aufmachen. Ja, das könnten wir in der nächsten Folge von mir sogar machen. Na, Dings haben wir. Kohle haben wir. So ist es ja nicht. So ist es ja nun wirklich nicht. Und Platz haben wir jetzt ja vor allen Dingen auch, ne. Von daher geht alles. Kann man alles machen. So, kann ich jetzt hier nochmal einen nachfüllen? Kann ich hier einen rausnehmen? Toll, brauche ich immer noch Fähre. Die insgesamt verkauft werden müssen. So, neun Uhr. Sieht gut aus. Unsere Refiller arbeiten hier. Ich kann jetzt schon mal wieder, denke ich mal, einen zweiten Refiller hier prinzipiell einstellen. Weil die sind dann, muss ich sagen, besser für diese Lagergeschichten. Also sprich, die KI kann das besser sortieren und steuern, was aus dem Lager rein und raus halt muss. So, dass ich dann zum Beispiel nur noch, da können wir jetzt auch von mir aus noch einen dritten einstellen, die 100 Dollar, ne. Kackelt doch der Hund drauf. Die können das halt dann von dem Lager her besser koordinieren wie ich. Das geht dann auch schneller. So, dass ich dann eigentlich nur noch mit dem Handscanner durchgehen muss. Und das auffüllen muss, was halt im Laden zum Beispiel noch fehlt oder so, ne. Und den Rest kann man ja später wieder ins Lager nehmen. Ne, wir haben jetzt drei solche Refiller, wie ihr hier seht, ne. Zu dritt läuft das auch ganz, ganz gut. Das ist recht dynamisch, sage ich mir da immer wieder. Aber kann man halt machen, ne. Wenn ich mir jetzt gerade hier zum Beispiel angucke, ne, die Soda ist jetzt leer. Wenn ich jetzt hier nach Soda gucke, sehe ich auch, ah, da habe ich auch per se nichts mehr am Lager drin. Heißt dann also, im Umkehrschluss muss ich dann eh für den nächsten Tag zum Beispiel wieder bestellen, ne. Bei der Soda-Cola und bei der Soda-Trukku, also was weiß ich hier, bei dieser Billig-Cola, türkische-Cola, was weiß ich. Da sehe ich halt noch, ja, ist noch mehr als genug drin, ne. So, und es wird nicht weniger. Ja, wie gesagt, die KI braucht halt wirklich alles insgesamt ein bisschen länger. Aber es sieht ja hier vom Warenwert, na gut, 15 Dollar, das ist jetzt nicht so, achso, hier im Obrigen auch geil, ne. Da kommt man halt nicht hinten dran, aber, aber halt den Platz gebraucht, 25 Dollar, so easy. Kann man machen. Zieht sich halt ein bisschen dann, äh, gegen Ende hier. Aber die Leute kommen ja trotz all dem raus, gibt ja auch keine schlechte Bewertung oder irgendwas in der Richtung. Und währenddessen können die Refiller hier schon mal wieder arbeiten, äh, und fertig, ne. Fertig, ja. Wäre natürlich, also am, am effizientesten, könnte man ja eigentlich die Refiller einstellen, wenn Feierabend ist, ne. Also nach Feierabend, die kurz arbeiten lassen, da können die alles auffüllen, die Kunden kaufen in dem Sinne nichts weg. Äh, sprich, die laufen nicht jedes Mal, dreimal an, an so eine Stelle, um es irgendwie wieder proaktiv mit aufzufüllen, ne. Ist natürlich tagsüber trotzdem noch mit sinnvoll, klar, weil, ähm, wenn jetzt gerade ja diese kleineren Geschichten halt leer laufen, laufen sie halt leer, ne. Ne, das ist halt die Sache. Zum Beispiel hier, sie konnte die Pommes nicht finden, weil Pommes leer sind. Liegt aber auch darüber daran, dass wir keine Pommes im Lager haben, ne. Bin ich mir auf jeden Fall ziemlich sicher, dass wir keine Pommes im Lager haben. Ne, es gibt, wir haben auch keine Pommes im Lager. Deswegen nehmen wir auch gleich zweimal Pommes für morgen. Alles abkassiert, sehr schön, können wir den Tag beenden. 71. Tag sind wir jetzt mittlerweile. 18 Produkte, also 18 Kunden fand es zu teuer, 2 haben es nicht gefunden. 52 Kunden, ne, ordentlich. Und wir haben, äh, 622 Plus nur gemacht, weil wir halt relativ, ähm, hohe Bestellkosten hatten. Weil halt vieles leer war. Wird sich jetzt also dementsprechend hier am nächsten Tag ändern. Ihr seht jetzt hier, Käsepizza geht nach unten und Süßigkeiten gehen nach unten. Und diese Käsepizza ist ja hier. Und wenn ich jetzt wieder, äh, meinen Auto-Updater hier anschalte, ähm, müsste es dann theoretisch gesehen, äh, 850 Euro, guck mal kurz hier, zack, zack, ne. Will er nicht anpassen? Warum will er nicht anpassen? Müsste er aber eigentlich anpassen. 14,40. Aber er hat es nicht wieder angepasst. Okay. Warte mal, muss ich dafür erstmal hier den da machen. Und dann wieder den. Und den hier. Hm, oder hat er das jetzt schon automatisch angepasst? Kann natürlich auch sein. 9,50, 9,50. 8,61. Ja, es ist unter 1 Dollar. Doch, ich glaube, das passt ja dann. Hat er die Süßigkeiten angepasst? 6,10. Ja, doch. Ach, das macht er sogar automatisch, automatisch. Guck er an. Na, sieh, da muss ich ja gar nicht mehr weiter einstellen, sondern das läuft dann auch automatisiert in dem Fall ab. Nö, ist ja wiebel schön, ne. Also, was willst du mehr? Sage ich mir da immer wieder. Was willst du mehr? Äh, gefällt mir. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. So, ich habe jetzt Pommels. Äh, die Soda hab ich jetzt zum Beispiel noch eh mal. Äh, mit dabei. Ich glaube hier Sushi Groß ist das in dem Fall. Und da kann ich jetzt zum Beispiel, das sehe ich dann halt über den Handscanner, äh, logischerweise nicht. Ne, aber wenn ich jetzt hier einfach nur eingebe, Sushi Groß, sehe ich auch. Okay, gut, es fehlt halt, kann dann also hier sagen, ne, nimmst du zweimal, äh, hast du Spaß? So, vor allem nach dem Motto, ne. Äh, das wäre natürlich noch geil, wenn man da noch irgendwie solche kleinen Labels, äh, haben könnte oder zahlen, dass es irgendwie ins Layout passt, keine Ahnung, dass man da zum Beispiel auch noch wie am Rechner sehen kann, okay, habe ich davon noch irgendwas im Lager oder habe ich es halt nicht, ne. Deswegen, aber so kann ich jetzt hier durchgehen, kann hier draufdrücken, was ich brauche, was zu viel ist, kommt ins Lager, so frei nach dem Motto. Also, und somit sollten uns theoretisch gesehen hier nie wieder irgendwelche Dinge ausgehen. Also, so der Plan, ob das so funktioniert, wie es funktioniert, äh, sei jetzt erst mal dementsprechend dahingestellt, aber so auf jeden Fall erst mal die Idee, ne, zum Beispiel der Reiniger, kann man mal eben mitnehmen. Ähm, Toilettenpapier, kann man eigentlich auch immer gut gebrauchen, die nehmen wir auch noch Ema, und hier nochmal noch Ema, oder können wir gleich zweimal nehmen, alles easy peasy, ne. 17 Stück, 1000 Dollar, ne, ich glaube, man wird dann logischerweise auch deutlich, oder schnell, schneller, eher gesagt, mehr, mehr Geld los, ist klar. Äh, aber, das täuscht ja im Endeffekt auch nur, weil wenn ich es, äh, vorher so normal reingegeben hätte, ne, also mit Einzelbestellung, wäre ja aufs Gleiche rausgekommen, ich hätte es halt nur nicht mit, mit Ema bezahlt, so frei nach dem Motto, ne. Das weiche, das weiche, so, ne, und so kommen wir, kann ich jetzt hier dementsprechend erstmal weitermachen, beziehungsweise selber füllen und unser Restocker chillen, da dementsprechend hier leben, ne, bin ich eh schneller wie ihr. Äh, von daher kann man das machen, und dann hier wieder ein bisschen was ins Lager rein, Spaß haben, et cetera, et cetera, schönes Ding. Ich werde jetzt noch ein bisschen grinden, beziehungsweise ein bisschen ist halt auch nett, ne, wie gesagt, die nächste Lizenz steht ab Level 42 an, 42, ja, ja, dauert dementsprechend, also noch, äh, a little bit, das heißt, ich werde jetzt noch ein bisschen grinden, dass wir irgendwie in die Nähe kommen, da davon, und dass wir dann halt weitermachen können, ne, gerade so, was die Lizenzgeschichte, äh, mit angeht. Hier verpasst aber nichts, gerade wenn sich hier irgendwas großartig Spannendes ändert, oder es gibt wieder irgendwas, ne, also in der Regel bekommt er morgen eh wieder die nächste Folge. Wenn ich es mal nicht schaffe, dann ist halt mal jeden Tag, äh, Pause zwischendrin, ne, aber ihr wisst Bescheid, ich geb mein Bestes, und, äh, ja, diese, wie installiere ich Modgeschichte, kommt dann auch noch, ich weiß nicht, wann es kommt, entweder, na gut, wenn heute, heute, ja, ich hab halt noch eh eine Folge im Voraus, bevor die Mods kamen, das ist immer so eine, ach, ihr werdet's ja sehen. Also, das Video steht dann auf dem Kanal, hießt so, wie es hießt, also, von daher, braucht euch keine Gedanken zu machen. In dem Sinne, ich danke erstmal fürs Zuschauen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Äh, lasst ein Däumchen und ein Abo da, wenn's euch gefallen hat, und bis denne, haut herrenne, tschüssigowski, tschüssi, tschüssi, tschüssi. Äh, lasst ein Däumchen und ein Abo da, wenn's euch gefallen hat.